und herzlich willkommen zurück zur dritten folge vom ignacia ice and fire projekt ich habe hier ein bisschen meine drachen am wachsen die fliegen hier ganz cool rum ich habe deren home point hier auf diese kreuzung gesetzt und wenn sie jetzt ich würde gern keul sehen danke genau wenn sie halt elektro am schlafenden tagsüber schlafen sind und schönen sie hier tagsüber fliegen sie rum oder gammeln bei den doofbewohnern auf den dächern und ich wollte einfach mal ein bisschen entspannt farmers delight jetzt mal zocken beziehungsweise noch ein bisschen einfach hier im dorf greiten zum beispiel hier mal diesen villager hochziehen dass ich mir enderperlen kaufen kann kann man nie genug haben und ja das ist so der plan ich habe hier ein bisschen die wege schön gemacht in der zwischenzeit ich habe hier hinten eine also generierte farm und ich hätte gerne von jedem villager type quasi eine workstation hier im dorf und da hinten sind eben meine farmer unter anderem einer sieht so geil aus wie diese drachen einfach rumfliegen ich würde sagen während ich die sachen umziehe zeige ich euch noch ein paar coole clips was so passiert ist in der zwischenzeit ich war mit dem anderen mal wieder im discord und es wurde ein haufen scheiße gelabert und ja es wurden ein paar coole sachen gezeigt und sie machen liebe ja also ich fühle dieses dorf hier viel zu dolle und jetzt wird hier erstmal ein bisschen wo sind meine tiere hin und hier ist ja alles offen naja ich kümmere mich drum viel spaß mit den clips was hat denn jetzt noch ich habe die selbst gemacht ich habe nur die dragon steel ingots bekommen ich habe sie mir aber selbst gecraftet wenn ich unter meiner abgabe schreibt alles ich bestätige dass ich alles selbst angefertigt habe ja bitte sei nicht zu groß was hältst du von meinem rgb drachen also dass du dass du sagen kannst hey du kannst blätter oder irgendwie sowas kaputt machen und stein aber dass du irgendwie alle möglichen andere blöcke jetzt nicht kaputt gehen ja jungs chillt mal ein bisschen das stimmt kev was ich komme mal zu dir ich mag mal gerne von dir ding haben aids oder kruzio oder wie auch immer du dich nennst und so ist der eins ja stufe zwei wow er spuckt eis ich glaube deswegen ist er 1 ne normalerweise es erinnert mich an family guide die tolle frage was der unterschied zwischen japanen und chinesen ist ganz simpel japaner kommen aus japan chinesen kommen aus china ganz simpel oh mann ich bin auch toll ich muss jedes mal um milch zu holen schön nach kai ist auch sehr wichtig nach kai wenn ich jetzt noch als angabe ja hast du das buch von house of the dragon gelesen ich lese nicht ich lese nicht aber ich gucke mir videos zu den büchern an weil ich bin stolzer an alphabet ne ich bin nicht stolz drauf ich bin auch kein alphabet aber trotzdem lese ich will nicht ist das ein vanilla feature was hanging signs connecten an stone brick wall oder an walls was sind wir jetzt bei physics mod oder was was hat physik ist der schild ja die hanging signs gell irgendwas ist ja ich weiß auch nicht welche mottes macht ist was anderes vielleicht chip ich hab chip noch nicht einmal genutzt ja chip wollte ich auch noch machen auch scheiße ich fliege die drachen noch fliege zum random sidecode vorbei dreier drache reißt die häuser ab ohne 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 mensch kerle fuck aber wir können jetzt fliegen ja ja nice ui 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 das kann ich nicht mehr von einem dorf einweilen lassen ui 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 was die view du hast das dorf und es fühlt sich so krank immersive an wow wow ich komme ich komme nicht drauf klar ich fühle mich gerade wie 2011 wenn du zu weihnachten irgendein geiles geschenk bekommst irgendein lego ding und du willst einfach nicht schlafen gehen weil du so bock hast damit zu spielen genau so fühle ich mich gerade alter ist noch stressig am späten abend flame 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 komm her, 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 Flame, haupt nicht. Ja du kleiner. Alter, Drecks-Eisspikes, oh mein Gott, puh. Alter, hast gut was getankt, Kleiner. Jo, na? Oh, ist so cute. Alter, wow. Wo ist das? Das ist Sherrydorf, 5000 Meter in die Richtung. Ja. Boah. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Das gibt mir grad so den Iago-Vibes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Im Hintergrund läuft jetzt wahrscheinlich grad ne Iago-Musik und hier so ein Feuerdorf. Scheiße. Oh scheiße. Oh scheiße. Aber ist so asiatisch, japanisch. Ja. Ah, ich seh den Kai heranfliegen. Ich bin hier oben. Hallo. Moin. Siehst du den Drachen hinter mir? Ja. Cool. Aber der verfolgt noch dich. Ja. Du musst noch weiter wegfliegen. Flieg mal noch weiter weg, dann gar nicht. Der ist genauso schnell wie ich, das ist das Problem. Ja, du musst noch weiter wegfliegen, weil ich muss erst noch kurz aufladen. Okay. Was sonst, wenn er nicht, nicht mich verfolgt? Ich hab so lange von dieser View geträumt mit einem Drachen an so nem 1,18er Berg lang zu fliegen und dieser Berg ist einfach noch geiler aus als 1,18. Alter, holy shit, ich lieb's. Wow. Wo ist der Drache jetzt dort? Ich hab ihn verloren. Okay. Oh shit. Okay, jetzt geht's kurz auf die Fresse. Oh sorry. Als ob das der erste Drache ist. Ja, ich hab noch keinen geklatscht, das ist der andere, oder? Ja, dann auch. Den auch klatschen? Ja. Nicht, dass ich da einen Drache ausfassig klatsche hier. Ne, ne, da fackelt mich ab, das ist sicherlich nicht meiner. Ja, let's go. Oh mein Gott. Wie kann ich den jetzt looten? Einfach rechts klicken oder brauche ich da noch was spezielles fürs Blut oder so? Fürs Blut brauchst du ne Flasche. Aber leere Hand sonst. Dann kommen die Schuppen raus. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Das Drache ist ja gar nicht OP. Oh shit. Du kriegst da voll damage, ne? Ich bin Profi. Na, denkst du hier ist die Water MLG? Mhm. Okay. Ja. Kein Worte MLG über Wasser. Na ne, ich wollte auch über den Weg gehen. Ja, sowas ist natürlich asozial. Aber da könnte Grasbüschel sein, das wäre doof. Ja, jetzt. Prost. Zuuu. Na, das kostet gar, also das nimmt gar nicht so viel ab. Alter geil. Das sieht soo gut aus. Hä, das ist ja übelst OP. Schaut euch mal die Stats an. Also, Max-Saturation. Bro, wenn da ne Zahl hin muss für die Saturation. Also 10 Saturation ist Max, aber kriegt der Verhältnis. Aber ich glaub, die kann man nicht stacken? Nee, ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Äh, Bohl. Ja, aber... Geht doch Essen, das musst du eigentlich trotzdem. Ach doch, man kann sie stacken! Ui. Ja gut. Dann müssen wir wohl doch eher das ja automatisieren. auf der Landstelle vom Burger. Ja, Chef, ich trage sie schon dahin. Nichts werfen. Jo, ja. Ne, so muss ich heute Leon durch den Nella ertragen. Wusstest du nicht, was ist freiwillig gemacht? Du darfst zu jammern. Ich wollte langsam reinkommen, aber ich werde dir die ganze Zeit bombardiert. Ah, da sind sie ja. Junntag, Junntag. Na dann, äh... Nieteswicht von Beginns. Soll ich dich wieder rübertragen? Ich hab keine Blöcke bei ihm. Top. Alter, let's go. Alter, let's go. Ja, der Chauffeur ist immer da. Erstmal meinen. So. Ich weiß ja nicht, was ich damit machen kann. Mit Mannachheit. Und wir ändern jetzt. Ach, was denn? Ich finde, ich sehe. Woos. Lob. Ach stimmt, wir müssen ja noch die Dinger kaputt machen. Warte, warte, warte. Ich hab, ich hab. Ich mach, ich mach. Okay, du machst, du machst. Warte, passt. Do it. Bisschen höher, bisschen höher. Okay, warte. Ja. Sauber. Ey. Lass mich den letzten machen. Ja, mach du den letzten. Ah. Nein, die Eier. Ja. Unterschätzt ihn mal nicht. Ah. Nicht meinen Drachen töten, Mann. Ich hab ihn so hart getroffen. Noch nie jemanden so hart getroffen. Ja. Oh mein Gott, ich muss gucken, wie viel HP mein Drache noch hat. Ja, mein Drachen wohl war halt. Stabilized Warp Squirrel. Was ist das denn? Ja, das ist ein Cav-Ding. Wieso steht da schon wieder ein Kristall? Wieso waren die hier schon? Ja, die waren ja schon. Aha. Gut, ich kann aber nicht in Prüsenland. Bratpfanne. Okay. Wieso geht der? Das ist ja nur organisations likely. Wie wenn... Masse ist ein besondereses Kaststoffe. der hat hier ein bisschen gemacht also wenn die dinger hier mal weg ist würden könnte man sich hier kurz mal hinsetzen was du ding ja ich hab's ich hab's hallo doch alle ich glaube ich hab's doch gerade gedroppt man ich bin so schnell im lieben geworden kann ich mich noch mal hinten noch mal kommt mich einfach aus bis ich sterbe ja ja top 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 ok passt 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 ja super hey alle hunderkäute let's go bro jetzt kann ich in der luft schwimmen was soll das bro nein ich hab das beste artefakt wir haben ja die dinge auch das hier ist einfach noch die main island von hier das ist schon cool ja ich kann gleich einen tollen clip fürs video machen ich habe mit abstand das lustigste artefakt ich bin einfach ein gott ab und zu glück nicht selber fast knapp gewesen ich weiß was ich machen ach wo bist du dann bringe ich dich jetzt natürlich zum lachen das ist sehr wichtig ich bin oder wo sind sie es oh 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 ha 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 ich möchte sie auch rein ich brauche ein gett gebring mir ein was ja mit viel kämpfer ich ja bringt ja ich habe genau drei gefunden mein kock ist groß geworden ja meine freunde ich kann endlich fliegen ihr seht die drachen den geht es prächtig ich habe flame jetzt als hier oben auf dem kirchturm geparkt so nur ein bisschen die zenten kaputt gegangen und aurora ist noch glaube ich tag 43 oder so also noch stufe 2 das heißt sie macht keine blöcke kaputt coil ist jetzt fast stufe 3 das heißt die kann auch dann blöcke kaputt machen ab 50 tagen und ja so lange sie stufe 2 sind können die noch ein bisschen frei herum fliegen aber ja ich kann endlich fliegen jetzt geht es erst richtig los ich will jetzt in nächster zeit weniger content machen was so unterhaltung angeht sondern mehr tutorials und informative videos das heißt guides zu farmers delight und so weiter und jetzt wird erst mal weniger einfach nur gameplay kommen und mehr info zeug genau ich würde sagen das war erst mal ice and fire die erste woche jetzt ist samstag abend das heißt wir haben jetzt ziemlich genau eine woche rum wir haben viel geschafft es macht richtig bock und wir sehen uns im nächsten video wieder bis dahin haut rein und ciao leute